Die A&M habe ich schon oft weiterempfohlen, sind auch Neukunden durch mich reingekommen, also ich bin sehr zufrieden. Ich bin Andreas von Detemuth. Wir machen WPC, Zäune, Terrassen und so im Gartenbereich alles mit Zäune zu tun hat. Wir sind zu der A&M gekommen, um mehr Anfragen zu kriegen, präsenter zu werden im Internet, weil wir nur am Ort sehr präsent waren. Und durch die A&M, durch die Werbung halt, dass wir uns ein bisschen breiter streuen und mehr Sichtbarkeit kriegen. Die A&M hat uns geholfen bei der Automatisierung, dass wir Prozesse einführen konnten, wo wir schneller abarbeiten konnten und dadurch halt auch mehr Kunden bedienen können und glücklich machen können. Wo ich gemerkt habe, dass ich etwas ändern muss jetzt hier beim Coaching. Die A&M hat uns halt viel aufgezeigt, wo wir automatisieren können, wo wir Prozesse vereinfachen können, die bei uns immer wieder schiefgelaufen sind. Dass man nicht so wahrgenommen hat, wo man gesagt hat, eigentlich läuft es ja ganz gut, aber eigentlich ist es nicht gut. Und das haben wir halt dann hier erkannt, aufgearbeitet und dann auch gleichzeitig noch gelöst dadurch. Ein Hauptlearning, ja ich würde sagen, dass man vieles automatisieren kann. Viele Dinge, wo Fehler passieren, menschliche Fehler, die man so ein bisschen ausmerzen kann durch Prozesse, durch Systeme, dass das halt nicht mehr passiert. Die größten Vorteile in der Zusammenarbeitung mit der A&M sind erstmal die Anfragen, die wir jetzt enorm gesteigert haben. Also durch die Werbeanzeigen kriegen enorm mehr Anfragen rein und auch, dass die Abarbeitung schneller geht. Also durch die Kundenanfragen läuft jetzt alles automatisierter und schneller. Also die A&M habe ich schon oft weiterempfohlen. Es sind auch Neukunden durch mich reingekommen. Also ich bin sehr zufrieden und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr zufrieden.